Will er nicht mal langsam wieder Moppe? Das war nicht Philipp. Das war Philipp. Das war Philipp. Das war Thomas. Das ist Philipp. Man kann ihnen jetzt auch andere Sachen geben. Das war vorher auch nicht so was, ne? Du geschenketechnisch. Die Beziehung zu dem könnt ihr auch noch mal verbessern. Zu ihm auch. So Stefan geht schon eigentlich. Findet die Dokumente genau. Das machen wir gleich in der Nacht. Gibt Peter im LPG etwas dazu. Vaneta, ich wünsche dir eine gute Nacht. Hab schönen Dank. Und gute Besserung weiterhin noch. Peter? Wie ich vermutet habe, nun gut. Peter hat mir nichts getan, aber da niemand anderes in Hessen sich als organisiert eignet, nun ja. Peter muss ein bisschen leiden im Namen der Liebe. Ich hoffe, er wird mir verzeihen. Ich soll mich jetzt aber nicht mit Peter prügeln, oder? Ja, Peter will Schläge. Ich möchte das nicht. Kochschmerzen werden schlimmer. Ja, den haben wir schnell in die Kiste jetzt. Oh nein. Er fährt sich im Sack. Gibt es hier was zu saufen eigentlich? Wenn keiner was zu saufen, muss ich jetzt echt wieder zurück? Mann. Er hat ja nichts zu saufen, hier. Er hat ja noch Tiere. Er wäre cool, wenn er was zu saufen hätte. Dann könnte er uns was zu saufen geben, damit wir ihn verprügeln können. Ich will Peter nicht aufs Maul hauen. Ich will Peter nicht aufs Maul hauen. Der hat mir immer schon aufs Maul hauen. Ja, ich will mir jetzt was von zu Hause. Ich will mir jetzt von zu Hause schnappen. Das ist günstiger. Könnte ich mir hier so richtig schön. Hallo. Der Peter will Schläge. Der Peter will Schläge. Der Peter will Schläge. Aach! H aç! H aç! H czy ty! Peter brück dich! Aach! Pfff. Ah toll! Peter, du Scheiße! Pfff! Pff! Pfff! Organisieren sie Alkohol. Organisieren sie das Essen. Organisieren sie Musik. Junge, 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 Junge. Das ist ja nur das Herzgewinn. Genau, das ist ja die Vorbereitung. Okay. Peter, komm hoch mal, Junge. Ich helf dir. Komm her. Alles gut? Peter, alles gut. Wir sind cool miteinander, oder? Oh, wir sind nicht so cool miteinander. Hotgar, Rühe. Klappstille. Hochschinken. Ich will. Peter, es tut mir leid. Ich schäbe mich. Was willst du machen? Aber warte mal. Anscheinend ist es nicht fremd, ein Schwein zu reiten. Naja, gut. Okay. Ähm, J. Dokumente machen wir gleich in der Nacht. Dopingmittel. Äh, hier mal die Tabletten. Bier. Okay, Bier. Okay, warte. Ich guise mal nach Hause. Die Spritze fürs Rennen. Ach so, die meinst du. Ja, die habe ich. Naja. Ich weiß nicht, ob ich alle Kisten geöffnet habe. Weiß ich nicht. Ich glaube, die bei Sophia habe ich noch nicht geöffnet. Äh, bei, bei... Äh, nicht Sophia. Nicht, bei der alten, die da oben steht. Ich glaube, die habe ich noch nicht geöffnet. Und bei... Vorne ist, glaube ich, schon, wo der Traktor steht. Sechs Stück sind da? Echt? Können wir ja mal am nächsten Tag... Kann ich ja mal am nächsten Tag mal hinflitzen. So. Was will er? Achtmal Wodka. Ja, super. Jetzt habe ich eine Wodka davon weggenommen. Klasse. Bier. Ich glaube, beim Standislaus habe ich sie alle weg. Ich guck mal. Äh, Bier, 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 Bier. Okay, Bier haben wir. Halt. Neunmal Bier. Apfelweilen kaufe ich. Meht muss ich, glaube ich, auch kaufen. Ne. Zwar meht. Also, Apfelweilen, okay. Passt doch perfekt. Den können wir da gleich mal rüberflitzen. Oh, hallo Noah, grüß dich. Den habe ich dir aber eigentlich geschrieben, den Namen. Von Discord. Was mache ich denn hier? Warum würde ich denn hier jetzt... Wünsche eine angenehme Nacht, Passi. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du da warst. Danke, danke, danke. Gib mich mal hier eine Wodka. So. Und Apfelwein. Viermal. Und du hast nur drei. Oh. Das wird mit uns nichts. Sag ich dir gleich. Wenn es weiter so geht, wird das hier nichts mit uns. Muss mal was loswerden über TV-Sendung. Ja, hau rein. Hau in die Tasten. So, gehen wir mal zur Kirche. Ne. Zur Kirche schon mal. Oh, jetzt ist es nicht schon wieder kalt. Hau ab jetzt. Ne, bis 21 bleibt ja da, ne. Okay. Ja gut, ich warte jetzt noch die Zeit. Oder man wartet halt einfach so, ne. Ich warte jetzt noch bis, bis 21 Uhr, bis er weg ist und dann, wo den war. Alarm für Kupfer 11 ist auch voll übertrieben geworden. Eigentlich immer selbe Fälle. Oh, habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Früher habe ich jede Woche geguckt, wenn es kam. Regelmäßig. Auch wiederholen und zigmal geguckt. Ich habe es wirklich sehr geliebt. Aber ja, es hat, wir holen sich sehr, sehr viel immer bei Lampfkupfer 11 mittlerweile. So, der Gesser. Ja, auch da war es das gleiche, aber mittlerweile, ne, 20 Jahre später ist es halt schlimmer. Dann hast du es halt 20 Jahre das gleiche geguckt, ne. Oh, ich habe es wirklich sehr gerne geguckt. Wiederholung nicht, aber geht eigentlich immer um selbe Fälle, nur etwas verschieden. Hallo Metallion, guten Abend. Auch hier Medikopter habe ich sehr gerne geguckt. Habe ich auch sehr gemocht. Mal einen schönen Kaffee kochen. Ach, Kasimir. Er ist traurig. Was? Kann durch glücksbringende Getränke oder angenehme Werbung überwunden werden? Ja, ist angenehm hier. Das dauert so lang. Ich will nicht, dass er schon wieder säuft. Das ist gerade weg von dem Stoff. Mir ist, glaube ich, nicht glücksbringend, ne? Oh, doch. Notruf habe ich auch mit Hans Meiser sonntags immer. Um 19.10 Uhr, glaube ich, zu meinen hat es immer angefangen. Genau dann, wenn ich streame. Und den Clown habe ich auch sehr gerne geguckt. Der Winter ist vorbei, bevor er krank ist, obwohl ich schon im Juli eine Grippe hatte und Antibiotika fressen musste. Ich hatte mal eine Lungenentzündung. Ja, ja. Ich wusste auch gar nicht, was Faser ist. Das war auch das erste Mal. Ich dachte, was ist denn hier los? So, wir brauchen noch einmal Apfelwein. Hartgekochtes Ei haben wir. Scheibe Schinken, gekochter Mais. Scheibe Schinken. Ich weiß nicht, wie ich schon im Juli eine Grippe hatte. Ich weiß nicht, wie ich schon im Juli eine Grippe hatte. Ey, warte mal, vergammeln wir jetzt nicht zu viele Sachen? Das würde mir jetzt alles vergammeln, wenn ich es jetzt nicht verkaufe, ne? Ja, machen wir das gleich mal. So, wir brauchen noch Schinken. Wenn ihr das hier sehen könntet, die Kater spielen mit einer Feder, wie die Verrückten. Ja, aber bei Federn werden alle Katzen durch verrückt, ne? Da darfst du auch nicht Zwischenfunken dann, ne? So, wir gehen jetzt erstmal fünf Stunden knacken, dass es hier mal wieder Ruhe gibt. Ah, jetzt. Man muss zugeben, dass du ein Talent zum Zerstören hast. Anstatt dein Leben zu ruinieren, verschönerst du die Umgebung. Aber das wollte ich nicht schreiben, sondern über die Anbauflächen. Dein Vater hatte ein großes Händchen gepflanzen. Alles, was hier gepflanzt hat, ist wunderschön gewachsen. Er würde sich freuen, zu sehen, dass du auch diese Gabe hast. Hast du einen Bauernhof? Bist du aber kein Bauer? Weil die Hand ist immer verkratzt. Einer von beiden ist bissig. Darum mag ich halt Katzen. Oha! Gut, okay. Haben wir eine Flasche wieder hier. Ähm... Gehen wir da mal eine hin. Nein! Bin da. Ich liebe ihn dafür, meine Katzen zu vorwachen. Immer so weich und weinerlich. Okay. Ja, gut. Du liebst ihn dafür, dass er kratzt. Das ist auch gut. Komm, auf Milch verzichten wir jetzt mal. Wir verkaufen gleich mal alles, was hier verrotten kann. Verrottet im Winter. Warte mal, ich brauche noch eine Brühe, ne? Muss ich auch noch machen. Dafür alles? Eine köstliche Brühe, ne? Ah, wie war noch mal die köstliche Brühe. Ähm... Ich klaute meinen Sohn mit... In der Mitte das Loch nur, ne? Ich hoffe. Ja, andere ist schwer zu motivieren zum Spielen, weil ca. zwei Jahre alt. Leben seit Mai bei mir. Ach so, so kurz erst. Was braucht man hier noch zu essen? Hier kocht der Mais. Ja, Mais müssen wir noch kaufen. Ähm... Hier draußen. Erdbunker. Im Erdbunker vergammelt das ja nicht, ne? War doch, glaube ich, so, ne? Genau. Im Erdbunker vergammelt es nicht. Dann packen wir was da rein, was wir reinkriegen. Dem muss ich das jetzt nicht alles verticken. Was wir reinkriegen. Find meinen Spickzettel nicht mehr. Aha. Oh. Geht nicht so viel rein. Gar nicht so schlimm. Ähm... 20 nehmen wir da mal wieder raus. Dann nehmen wir mal 75 raus. Geht nicht so viel raus. Uff. Nee. Ja. 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 Oh, die können wir mal Wo ist denn hier der Futter? Oh, Junge, ich sehe ihn nicht mehr Er ist zugeschnallt Wird der hier auch reinstehen? Nö Naja, Karotten können wir verkaufen Das ist halt so wild Zwiebeln Pilze verkaufen wir Ja, das sind halt nur drei Die würde ich gerne noch mit reinschmeißen Die müssen da noch mit rein irgendwie So Schon WWE 2K24 vorbestellt? Nee Wann kommt es raus mit Talion? Die Frage ist auch, möchte man das? Okay, in der Zeit können wir mal fix in die Stadt Bist du, bist du positiver Dinge oder? Ich so Vier mal Mais Vier Scheiben Schinken Nice Mais, das passt Und gleich das, okay Hoffentlich passt das mit köstlichen Brühen Sag mal, Metallion, ist das eigentlich Metallion, oder? Also, wir sagen immer Metallion, aber er hatte mir immer gesagt, es ist eigentlich Metallion. Wird lustig, die ganze, wozu viel spielbar, und so Spielchen, da bin ich mal gespannt, da kannst du gespannt sein, so, ja, du kriegst was zu trinken, jetzt noch was für die Wärme, jetzt was für den Magen, ne, er ist Metallion. So, was liegt da hier auf dem totes Tier rum? Du kannst sogar deinen eigenen Reffer stellen, und es sollen auch eigene Schilder für die Fans machbar sein, von überall das Logo hingeklatscht. Also, irgendein Spiel konnte man doch auch sagen, wie das aussehen soll, das Schild, ne? Ach, der Fuchs. Beziehungsweise konnte man das Logo auswählen, was da vorgegeben war, dann konnte man zwischen Logos hin und herwählen, ne? So, den Fuchs haben wir. Oh, was? Okay, selber einfügen ist natürlich jetzt geil. Ah, okay, es war nur der mittlere Ring raus, Tim, dann hast du köstliche Brühe. Okay, boah, da lag doch dann auf dem Schirm gehabt. Okay, köstliche Brühe haben wir, Eier haben wir, Finken haben wir, und jetzt noch den Mais. Wieviel brauchen wir davon? Wieviel kommen da raus? Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach nur an den Reisern und werden. Wir gucken auch an den Beispiele. Und dann nehmen wir mal alles. Wir gucken uns an, was wir es. Wir gucken uns an. Ich suche nicht aus. Wir gucken uns an. Wir gucken uns nicht. In Zalesi werde ich eine Kapelle finden, aber der Dorfvorsteher hat versprochen, seinen Plattenspieler auszuleihen. Allerdings eignet sich die Musik, die Vlodek täglich hört, nicht für eine Hochzeit. Es muss überprüft werden, ob die Händler in Zalesi passende Platten zum Verkauf haben. Sobald ich alle von der Liste habe, werde ich die zum Dorfvorsteher bringen. Ich frage mich, ob er die Ausleihe der Plattenspieler ablehnen wird, wenn er die Musik von diesen Platten hört. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, Liz! Vielen lieben Dank für deinen Raid, Liz. Danke schön, danke, danke, danke. Willkommen. Hallo Timeless, guten Abend. Was habt ihr denn Feindes gespielt? Was gab es denn? Oh, ja, muss ja nicht gespielt sein. Was gab es denn Feindes bei euch? Ah, Amnesia se Bunker, ah, okay. Ein Gedanke für das S.O. Oh, immer gut. Ich habe schon lange kein Horror mal gespielt. Meist gleich durch. Auch mal anmachen, ne? Du momentan nur, also ich will aber auch mal wieder irgendwann jetzt bald. Mal gucken. So zwei, drei Spiele kommen dieses Jahr auch noch raus. Wie ich gerne wollte. Oh, du kriegst noch ein Mais. Ich wette, der letzte geht nicht mehr. Oh, doch. Ja, ich würde auch mal wieder gerne. Zählt Beer Factory mit den ganzen Bugs nicht als Horror? Oh, ja, Beer Factory, Brew Pub, das zählt als Horror. Definitiv, ein Teil, ja. Absolut. Oh, was? Wird schon wieder duster? Oh, der muss sich jetzt mal... Scheiße, denn verbrennt mir der Mais. Was mache ich denn jetzt? Okay, das schaffe ich glaube ich noch. Ich muss doch die Sachen noch verkaufen. Oh, ist der Ofen wieder aus? Verdammt. Also wenigstens so die Eier, das, das und das Fleisch und so, ne? Gut, den Schinken jetzt natürlich nicht. Ach, der Schinkenscheiben braucht noch, oder? Nö, hatte ich schon. Nee, hat doch noch gefehlt. Vier haben noch gefehlt. Genau. Komm, mach ihn. Oh, muss in die Haier, war schön wie immer. Tim, schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank und gut Nächte, Lia, mein Lieber. Am Donnerstag, Plan steht noch. So, weil bei Kira nicht zwischenkommt. LS 22. Bl voll. Bl voll. Bl voll. Zast robbed.